Hallo Erdmetschen! Hallo Erdmetschen! Hallo Erdmetschen! Oh, jetzt kommt der Kopf! Nein! Beim Salomon dauert das jetzt einfach noch ein bisschen, bis er ausgewachsen ist. Neben dem Salomon sitzt auch unser ältestes. Und die letzte hier im Bunde, das ist die Hannah. Hannah ist auch die jüngste hier, sie ist elf Jahre alt. Und die Hannah kann man lehnen. Alter, scheiße! Siehst du? Oh Gott, der kommt da raus, nicht rein? Ja. Ja, die Teile, völlig. Ja. 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 Das ist ganz schön. Das ist ein ganz kleines, oder? Ja, ganz schön. Die haben schon gedreht. Ja, aber man kann ja trotzdem mal füllen zu gehen. Ja. Ja. Dass sie sich festhalten können. Ja. Und dann haben wir, der Opa hier seinen Abschluss. Ja. Ja. Ich geh da raus. Jetzt geh da raus. Ja, der meiner Mama. Wo sie gehen? Adler kann gar keins essen, genau. Ja. Weil ich... Weil ich... Aber jetzt halt keiner mehr ausschaut. Ja. Ja, jetzt... Jetzt passt uns grad nicht auf. Das stimmt. Was machen die für ein Geräusch? Hör mal hin. Ja. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.